Wir sind hier heute wieder mit diesem Cutter und mit diesem wunderbaren Paket hier. Und wenn ihr den Titel schon gelesen habt, wisst ihr um was es geht. Wenn nicht, lade ich euch ein in dieses wunderbare Video, wie ich hier fast 2000 Schweizer Franken, nicht ganz, aber fast 2000 Schweizer Franken inklusive Versand, inklusive Zoll und alles ausgegeben habe, um euch wunderbares Entertainment zu bieten und ihr denkt euch dann vielleicht, oh shit, was ist mit dem Thomas los? Es geht einfach schief mit dem. Ich muss jetzt kurz gucken, was hier drauf steht und ihr seht schon, was es ist. Und ja, thank you for your purchase. Ja, ihr seht jetzt glaube ich so ein bisschen, was wir hier drinnen haben an der Stelle. Wir haben an der Stelle relativ viele crazy Sachen und das wäre hier erst einmal MetaZoo dieses Kit. Das ist das Patreon Kit, wenn ich mich hier recht erinnere. Und es müsste das wirklich komplette, also ich hoffe zumindest, das komplette Patreon Kit sein. MetaZoo First Edition Cryptid Nation. Wir werden uns das alles genauer anschauen. Ich packe erstmal alles so ein bisschen aus und ich bin gerade auf der Suche tatsächlich nach der Alpha Investments Provo Karte. Hier, das sind glaube ich auch zwei First Edition Displays, zweimal also dasselbe. Hier haben wir dann auch die Spielmatte, die wir uns nachher nochmal reinziehen werden. Hier haben wir, oh, oh, okay. Wir haben hier zwei Decks, so wie es ausschaut und nochmal ein Deck und ein Spellbook. Und wir werden jetzt auch mal die Box beiseite legen, das ist nämlich die beste Variante und alles nach und nach uns einfach mal genauer anschauen. Und das Messer tun wir einfach mal in Sicherheit, das brauchen wir nicht mehr. Und ich weiß nicht, die Spielmatte, soll ich die ausbreiten? Komm, wir müssen das machen. Und wir können die nachher auch wieder rein, ich sag mal, falten. Das sollte alles kein Problem sein. Das ist ja nur so ein bisschen gerollt, geruggelt. Das werden wir schon hinkriegen, keine Sorge. Wow. Okay, das Feeling von der Spielmatte ist jetzt erstmal auf den ersten Feeling ein bisschen anders. Da oben rauszuholen, dann seht ihr, so sieht das bei mir jetzt hier eigentlich jeweils aus, wenn ich hier schwingen, 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 schwingen. Okay, sorry. Ja, ich würde jetzt einfach ignorieren, was ich hier gemacht habe. Danke. Ja, ich würde mal sagen, wir packen diese Spielmatte so rein, dass ihr hier alles Wunderbärchen seht. Und tatsächlich hier Alpha Street Investment euch da wirklich das reingönnen könnt. Ich versuche das noch ein bisschen besser. Kriege ich das so hin, dass die ganze Spielmatte im Bild ist? Ja, komm, wir machen es so. Gibt es hier noch ein bisschen Rand, ist egal. Aber dann könnt ihr die ganze Spielmatte begrüßen. Sieht wirklich wunderhübsch aus an der Stelle. Und wir gehen jetzt einmal durch mit den Produkten. Also wir haben hier einen Blister, der leider ein bisschen angebogen ist, mit Moffman First Edition Stamp hier unten. Mit einer Coin und einem Booster Pack an der Stelle. Ich zeige euch das auch von hinten. Ich mache die Produkte alle nicht auf erstmal an der Stelle. Wenn ich welche aufmachen würde, würde ich mir speziell welche kaufen, um diese aufzumachen. Ich wollte einfach das komplette mehr oder weniger Patreon Set einfach für mich haben. Persönlich einfach um Geld auszugeben, um euch das zeigen zu können, weil ich natürlich auch ein geiler TCG Channel bin. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber manchmal braucht es einfach ein bisschen Eigenlob an der Stelle. Darum, ihr kennt mich ja so ein bisschen. Ich bin ein komischer Typ. Und das ist ein Collectible Card Game. CCG, TCG, für alle, die sich immer schon interessiert haben, was CCG heißt. Collectible Card Game. Natürlich auch Pokémon und Jogos sind auch CCGs. Dann haben wir hier das Alpha Iceman Deck. Ich finde auch immer sehr spannend, dass ihr hier an den Decks jeweils, dass man auch schön sehen kann, dass es tamperproof ist. Das ist auch sehr stark. Um das hier zu resealen, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und ich zeige euch einfach mal, wie die ganzen Produkte ausschauen. Dann könnt ihr zu Hause entscheiden, ist es euch wert, wie dieser Spielkoyote hier, so viel Geld für etwas auszugeben, was sowieso am Ende des Tages niemand will und nur Investoren sich das ganze Zeugs gegenseitig abkaufen an der Stelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe jedem TCG eine Chance. Würde ich jetzt Meta so spielen? Aktuell gerade nicht. Ich habe aktuell einfach gar keine Zeit, um überhaupt irgendeinen TCG zu spielen. Egal, ob jetzt Pokémon, Nubioh oder so. Da haben wir das Lightning Deck. Ding, Bell, Ring, Leader, Thryme, äh, Tribal Theme Deck, nicht Thryme. Auch wieder First Edition natürlich alles. Man hört auch, ich glaube, da ist eine Coin oder so drin oder ein Würfel. Ja, aber, ich weiß nicht, also es riecht so ein bisschen, keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen, es riecht so ein bisschen gummig. Ich habe manchmal so das Gefühl, es erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nicht, ich glaube, es erinnert mich an Shisha-Tabak. Frag mich nicht, wieso, meine Güte, wie komme ich auf Shisha-Tabak? Hier haben wir nochmal ein Deck. Nachher gehen wir dann auch nochmal die Promokarten durch. Also das geht in keiner bestimmten Reihenfolge rein. Aber wenn wir schon alle Decks haben, Release, Eventbox, okay. Okay, Cryptid Nation, das ist nochmal was anderes. Das sind hier also zwei Theme Decks und das ist ein Release Event Box mit, ist das der, was ist das für ein? Ist das der Mothman? Ja, das sieht aus wie der Mothman. Und hier sehen wir, uh, was ist denn das hier für, für Cryptids? Okay, was ist mit dem hier? Uh, der Dach ist auch ganz wild. Gucken wir mal hier hinten. Also ich finde so ein bisschen, diese Stamps erschweren das Ganze, um hier das jetzt zu lesen, wenn ich das lesen wollen würde. Ähm, schon spannend. Und hier, in this Release Event Box you will find, ähm, achso Pages sind Karten, okay. Genau, weil es mit Büchern ist. Ein Sealed Holographic Promocard, ein Rulebook und 3 Booster Packs, okay. Okay, und hier, äquivalent, ähm, tatsächlich, äh, finden wir ein Deck, eine Holo Promo, eine Metallic Coin, ein Rulebook und sogar ein Booster Pack. Hier sind einfach 3 Booster Packs drin, äh, zusätzlich zum Deck, okay. Ähm, das heißt, so ein Release Event Box ist wesentlich interessanter, wenn ich das richtig sehe gerade. Ähm, dann haben wir diese Promokarte, Release Event Medal, wo man hier die Medaille sieht, wie sie glänzt. Sehr, sehr, sehr spannend, ja, an der Stelle. Schön zielt, Copyrighted MetaZoo Games LLC. Ein bisschen Off-Center, leider Gottes. Aber hey, was will man machen? Ich werde die jetzt ja wohl nicht graden an der Stelle. Boah, was war das jetzt für ein Fussel? Ähm, MetaZoo First Edition Cryptid Nation Release Event. This is the original owner of this page attended. Äh, okay, ich war nicht an einem Release Event, aber so steht es hier. Das ist halt ja wegen Corona, was will man da machen? Ähm, dann haben wir hier, ich finde, das ist so für mich zumindest. Ähm, eines der Highlights, auch leider nicht, äh, ist Off-Center. Rudy Investment Sasquatch. Ja. Dann steht hier noch, ähm, Power, äh, Alpha Invest. Put an Investment Counter on this page. Then if there are three or more Investment Counters on this page, remove them all. Search your Spellbook for any page and reveal it. You may contact, äh, contract that page as if it were for chapter for two or less Aura of any type. Then shuffle your Spellbook. Okay, ich weiß nicht, wie das Spiel geht, darum ja. What's a Timmy? A Timmy is one who loves Taco. Love it. Love it. Und auch Holo. Love it. Schaut mal hinten. Da sind Boxen, ja, hinten drin, so ein Flüschbär. Richtig cool, richtig cool an der Stelle. Und dann haben wir hier ein Spellbook, das finde ich auch sehr gelingen, das ist auch richtig schwer. Äh, Spellbook, da habe ich auch schon Openings auf YouTube gesehen, das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und hier hat es ein paar Löcher leider im Ziel drin, aber es ist nicht so wild hier. Da sieht man auch ganz gut nochmal, hier ist da alles entsprechend mit diesem Tamperproof Seal zugeklebt, wenn ich das richtig sehe. Also auch hier, das kann man jetzt hier nicht, ich sag es jetzt mal so, ähm, entfernen, ohne dass man das jetzt merken würde oder resealen. Das finde ich schon ganz gut. Können hier mal reingucken, was ist hier alles drin. 10 Booster Packs, 1 Sealed Holographic Promocard, Metal Coin, Rulebook, 60 Meta-Sus-Sleeves, Scripted Mat und ein Token-Sheet ist hier drin. Sieht auch aus wie ein Buch, kann man sich auch aufstellen an der Stelle, finde ich ganz cool. Papp ins Bücherregal stellen zum Beispiel und sieht ganz, ganz geschmeidig aus an der Stelle. Und dann kommen wir zu den zwei größeren Items, das sind die entsprechenden Displays. Die sind, soweit ich weiß, alle echt nicht so gut erhalten. Das ist jetzt nicht nur dieses Spezielle, sondern auch insgesamt haben, glaube ich, relativ viele Displays nicht so eine gute Qualität. Aber wir ziehen uns das mal rein. Hier ist so genau Meta-Zoo Games von Instagram mit QR-Code. Hier haben wir die ganzen Produkte mit UPC, also den Code, Universal Product Code. Aber wie viele Jahre ist es? Magic is Real. Das erinnert mich so ein bisschen an Glurak, First Edition Display. Das hier erinnert mich an ein Tour Talk und das erinnert mich hier an ein Visafloor. Na, wer hätte es gedacht, wer hätte es sich da inspirieren lassen? I don't know. Und so sieht es von vorne aus. Und dieses Display haben wir tatsächlich zweimal, auch wieder mit Temperproof-Ziel hier an der Seite. Und natürlich auch da unten. Hier unten haben wir, glaube ich, die Aura-Farben. Ja, also im Prinzip einfach halt die Elemente auch bei Po. Also natürlich kann nicht jedes Trading Card Game irgendwie revolutionär irgendwas anders machen. Man muss halt immer wieder auf das zurückgreifen, was man so kennt. Oder eben auch einfach Tacos essen. Und das hier ist mehr oder weniger in diesem Startup-Kit reingewiesen. Ich habe mehr oder weniger fast insgesamt 2.000 Franken inklusive Versand, Zoll und halt für das ganze Paket gezahlt. Auf dem Sekundärmarkt, ich habe leider diese Aktion verpasst, weil ich einfach ein fauler Sack gewesen bin. Und ich wollte eigentlich mehr oder weniger dieses ganze Startup-Paket einfach mal kaufen, um euch das zeigen zu können. Ob ich was aufmache, I don't know yet. Aber ich finde grundsätzlich, jedes TCG darf Platz hier auf diesem Channel haben. Wobei ich natürlich ganz klar Pokémon und Yu-Gi-Oh! bevorzuge. Aber ist natürlich auch was, was sich über die Jahre entwickeln kann. Wenn Meta-Sou noch in 5 Jahren... Wenn Meta-Sou noch in 5 Jahren... Wenn Meta-Sou noch in 5 Jahren... ...KLinh. ... Vielen Dank.